So, Boys sind rum, äh, das wird wieder alles angeschalten, so, ich hab halt richtig Bock auf das Scalm, äh, das hier, können wir schon mal die Baumaterialien wieder hier reinballern, so, sag mal, hat der jetzt eigentlich, doch, der hat hier unten einen Slot-Upgrade bekommen, tatsächlich, wow, äh, so, ähm, Baumodus, scheint's noch nicht viel zu geben, oh, oh, 18 Metall, holy shit, gibt's irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen, was ist das, ne Pennerdusche, alles klar, alles klar, Verteidigung, Landmine, hohohoho, boah, geil, ähm, tatsächlich, wir gucken mal noch ein bisschen rum, looten noch ein bisschen was, ich hab da oben tatsächlich halt noch kein Bett, Das heißt ja nur, dass die mich eigentlich noch gar nicht überfallen durften, ne, jetzt kommst du an, Ja, haben wir wieder Holz, Alter, aber Landmine werde ich mir auf jeden Fall bauen, das steht fest, Äh, ich will den Besen dort da haben, wir müssen noch ein paar Blaupausen und so weiter finden, ne, wo könnten hier noch welche versteckt sein, ne, Tatsächlich, ich denke mal, hier oben wird auf jeden Fall noch was sein, das scheint so ein richtig schönes Industriegebiet, äh, zu sein, ja, Apfelsamen, oh, nice, die geben Hunger und Durst, Boah, Karl, ich brauch dich, ich bin mit dir, Du bist kaputt, eindeutig, Ich bin mit dir viel schneller unterwegs, auch wenn deine Lenkung für'n Arsch ist, Was, Attacke, Alter, ey, lass mich mal raus hier, Ich muss mich definitiv irgendwie mal wrecken, Scheiße, Brauche ich nicht, Hier wäre der nächste Anlaufpunkt, da möchte ich noch nicht hin, um ehrlich zu sein, Da möchte ich, um ehrlich zu sein, noch nicht hin, Ich weiß, dass ich was essen muss, Ich weiß, dass ich was essen muss, Deswegen bin ich ja hier, Nice, der hat gesessen, ne, Scheiße, Oh, essen! Äh, no crap... Äh, wow, was war das'n grad? Was war das? Ne Gurke! Wo wollte ich jetzt so hin? Jetzt renne ich wieder in die falsche Richtung. Äh, hier unten ist schon wieder irgendwas. als epidemiologisch will ich euch sprechen, Also wenn wir einenehner der Base. Ganz easy geklärt. Und was macht der hier? Komm, ich helfe dir. Moment, 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 Moment. Welche Base wird überfallen? Schon wieder die dort? Solange mein Dach in Ruhe gelassen wird, ist mir das egal. Wie viel Platz hast denn du noch? Oh, da ist noch ein bisschen was. Gut. Da geht noch was. Du bist so ein Dulli. Wird der einfach überfahren, ey, meine Güte. Lauf ich jetzt richtig? Ja. Ich lauf auf jeden Fall richtig. Hier wird eine 100 Pro irgendwas sein. Irgendwas Geiles. Das ist gar nicht mehr meine Base. Ich hab die andere noch nicht mal aktiviert als Base. Das ist ja das Geile. Das ist ja das Schöne. Sag mal, das könnte man aber auch als Base nutzen. Aber die hat wieder drei Eingänge. Da hinten ist wieder irgendwas. Und hier ist irgendwas. Okay, wir retten erst mal den, Einglilie. Tja. Tja. Und hier ist das? Jetzt hat er dir das. Und hier ist das? Jetzt hat er dir das? Anfänger! Dann hat er dir das? Dann hat er dir das. Wauw, ich verbar, dass jeder Schöne weiß, was du für mich Das ist halt wirklich Ja, das ist meine alte Base Die brauche ich nicht beschützen Da steht halt einfach auch gar nichts mehr Oh, da ist eine Blaupause Boah, du Kleiner Ich bin gleich down Ich renne immer noch weg So Fernseher Ah, lol Ach, improvisierter Kamin Cool Ah, ich bin Ich bin dem Tod So Ähm Oh, ist sogar reingegangen Cool Äh, gab's hier noch irgendwas drinnen? Oh, nice So Scheiße Ich muss mich irgendwie versuchen zu raken Ich weiß nicht, ob das mit Essen klappt Oh, da liegt noch was Oh, da liegt noch was Wer schmeißt denn sowas weg Oh, nice Ach, hier liegt ein Klo auf der Seite Da sind noch mal welche Oh, da sind noch mal welche Das heißt, da gibt's auch wieder irgendwas Dazu muss man aber hier rein Aber wie Kommt man hier durch die Tür Ja Hey, hier war ich doch schon Oh, da liegt man wie Oh Oh Help, teacher! Keep squashing! We can do this! You're going, you're gone! More bugs incoming! Lalalalala! You punch like a girl! Aha! Ich schlag die Mädchen! Schlag der, der umfällt! Okay! Das wäre jetzt unsere neue Base! Das will ich aber nicht als Base, bin ich ehrlich! Tut mir leid! Ne! Zu viele Eingänge! Zu viele Eingänge! Pissattacke! Pissattacke! Ich werde dich aufreißen! Haha! Scheiße, ob man von den eigenen Leuten abgeschossen wird, ne? So! Thanks for helping me out! I'll make sure to return the favor! So! Okay, Überleben haben wir auf jeden Fall jetzt komplett voll! Das ist schon mal nice! Sehr gut! Sonst меньше! Äh, Karl? Hähh? Wo ist der? Hä? Da hinten? Alter, was bist du für ein... Mag der mich nicht mehr? Oh, komm mit, Kai. Was ist das? Da muss ich doch mal lunzen gehen. Das ist hier drüben. Ach, die Vogeldame ist das, okay. Das ist das Vogeldamilein. Ich würde jetzt empfehlen, wir gehen erstmal wieder zur Base zurück. Ähm, bauen uns da ein bisschen was. Und dann schauen wir mal weiter. Ach, kommt. Vor allem das Bulle, der macht einfach gar nichts. Was ist das? so amnig schule erbringt nicht nur so die 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 wo wieder in gerettet ich muss den Herzschlag loswerden der nervt gerade Warte mal, hä? Das muss in die Richtung, genau. Wollen wir ja noch ein bisschen nach Money battlen hier. Ganz ehrlich? Ich wusste, dass du was hast. 63 Cent und 63 Cent. Ich steh schon wieder in der Blaupause. Oh, so ein Zelt. Geil, die Blaupause will ich haben. 9 von 19 schon. Nice, nice, nice. Ich weiß doch, dass ihr alle was einstecken habt. 4,33 Dollar. Willst du mich? Das ist mal ne Menge Money. Holy Shit. Was war das? Da ist Müll runtergefallen. Ach, Tauben waren das. Oh, hehehe. Ja, gut. Tauben sind ab heute Müll. Warum muss ich überhaupt lang? Ja, nach da. Und das hier sieht mir auch ein bisschen verdächtig aus. Kannst du aber nur Holz mitnehmen. Da hoch möchte ich noch nicht. Hier drin gab es glaube ich nur einen Pilz. Das ist genau. Für was auch immer. Nein, hier kommt. Die hat Geld. Ich hoffe, das hilft. Ich wusste es. Bumsville Police Department. Das hört sich so falsch an. Police Bumsville. Das hört sich so falsch an. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Scheiße, ich hab mich verklickt. Ich dachte ich hab noch das Schild in der Hand. Jetzt kommt mir natürlich dieser Bulle hinterher. Jetzt geh doch mal nach oben. Komm. Oh Reis. Hier kommt jetzt wieder auf demale black voi. Whoa, blue, redress. Oh, da kommt ein zwei auf demal auf mich zu. Hilfe. Du bist, kein Einsatz. Du brauchst dich. Du kannst ja auch schon mal Alien ewes kaufen. Sicher. Du kannst dich schwachen. Alles stimmt, das stimmt. Ich bin klar, was ist das denn gelber pilz okay so lange der noch einpasst alles gut meine meine neue weiß ich muss einer meiner lebensenergie die ist hier dahin 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 Tomaten Orangen und sowas lilanes was blaues das da Pilze dahin auch nö der Karl ist schon wieder nicht da ja der will mich doch verarschen kleines klappriges etwas ok das kann man verkaufen warte mal bleibst du hier drin verkauf verkauf so holz passt hier noch rein ein bisschen Pappe passt da noch rein schrott passt noch eins rein gut keine ahnung was wir mit dem Rest machen wir haben uns wohl eine neue Kiste anlegen müssen da wird uns ja nix Zitril und Tee ist das machen wir das hier so und das so und hier machen wir das ganze mit Teilzeug rein weil davon werden wir mehr als genug bekommen wie damals bei Raft genau und hier kommt das Holz rein so wenn ich mir jetzt hier aber ein Bett baue werde ich bestimmt angegriffen das wird dann meine neue Base und nein das nicht nein nein baumodus verlassen schlafen ich muss mich komplett hier jetzt geht nicht anders und jetzt habe ich hier eine neue Base die auch überfallen werden kann denke ich mal aber der Schlaf hat einfach gar nichts gebracht wow häusle ich würde sagen wir fangen einfach mal an eins zu bauen wir machen erst einmal 3x5 ich denke mal man kann es dann immer noch erweitern so okay kann ich wenigstens noch die Tür rein zimmern ja die passt noch haben wir schon mal ein Viertel Haus würde ich sagen okay Schrott, Keramik, Kochstation, Aluminiumblech die wollen Aluminiumblech haben dazu brauchen wir Aluminium benötigt das ok ähm wie komme ich tatsächlich an Aluminium ran er wird sich bestimmt noch irgendwo was finden ähm dann gehen wir weiter suchen ich würde sagen wir gehen jetzt mal zu zäh oder wir lassen uns erst mal oben hauen ich dachte ich bin wieder komplett voll aber nix ist ey nein das wollte ich essen ne das wollte ich doch essen kann ich die Dinger nicht das müsste doch Aluminium sein ne ich krieg da nur Schrott raus hä was kriege ich Aluminium hm an Kupfer muss ich ja auch sagen kann es sein dass dafür die Baustelle da ist dass man da irgendwie das Zeug raus bekommt das kann halt gut sein Carl ey dieses Ding oh nice find some cover before they see you again warte was warum geht das hier hoch ah ne Feder ah ne Feder ich wollte zum C gehen und hör du 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 Ey, Bull, macht dir auch mal was? Die machen einfach gar nichts, die Bullen. Was für Hunde. Was für Hunde. Äh, wo wollte ich denn eigentlich zum C? Okay, warum renne ich denn hier lang? Gab es hier unten irgendwas, außer Pils? Sonst gab es hier nichts, okay. Gut. So, hier wären wir beim C. Ich würde aber sagen, das machen wir im nächsten Stream, der Montag früh ist. Ich hoffe, ihr scheidet Montag früh zum nächsten guten Morgen streamen mit Boom Stimulator ein. Oder aber heute Nachmittag, da ist Minecraft dran. Morgen Nachmittag ist dann wieder Star Wars The Old Republic dran. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal noch einen angenehmen Samstag. Kuck. Kuck, start dance until I drop. My life is a part of my homeistic love. My stage is the dance your party never stops. Bis zum nächsten Mal.